Eine der Stärken der Physik liegt darin, dass man mit einem Konzept viele Situationen erklären kann. Mit den Geschwindigkeitsvektoren können wir nicht nur Fußballspiele analysieren, sondern auch viele andere Sportarten. Betrachten wir mal ein fiktives Tennis-Doppel mit der Frage, wie stark schlagen eigentlich unsere Spieler? Jeder der vier Spieler kann den Ball nur innerhalb des markierten Kreises erreichen. Die Geschwindigkeiten, die wir als Zuseher beobachten können, sind die Endgeschwindigkeiten, mit denen der Ball zum nächsten Spieler fliegt. Daher sieht es für uns so aus, als würde Spieler 3 schwächer schlagen als Spieler 4. Betrachten wir das Spiel etwas genauer. Spieler 1 beginnt mit dem Aufschlag und schlägt den Ball zu Spieler 2. Spieler 2 erwischt den Ball und verursacht durch seinen Schlag eine Zusatzgeschwindigkeit. Wir können dadurch die Endgeschwindigkeit des Tennisballs konstruieren. Der Ball fliegt mit dieser weiter zu Spieler 3. Der dritte Spieler erwischt den Ball ebenfalls und spielt ihn weiter zu Spieler 4. Auch Spieler 4 erreicht den Ball und schlägt ihn ebenfalls weiter. Spieler 1 erwischt den Ball nicht mehr, dadurch erhält das rote Team die ersten 15 Punkte. Im ursprünglichen Bild sieht es so aus, als würde Spieler 3 schwächer schlagen als Spieler 4, weil die Endgeschwindigkeit, die er mit seinem Schlag bewirkt, viel kleiner ist. Wir müssen jedoch auch berücksichtigen, dass wir hier von unterschiedlichen Anfangsgeschwindigkeiten ausgehen. Vergleichen wir die Zusatzgeschwindigkeiten, so sind die drei Vektoren alle gleich lang. Die Spieler 2, 3 und 4 sind daher in Wirklichkeit gleich stark. Wirklichkeit. 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 Untertitelung des ZDF, 2020